Aaaaaaah! Jawoll! Wie geil ist das denn? Heute bin ich nackt! Wir haben eine super Abwehr gehabt heute. Muss ich wirklich sagen... Es wird alles wieder gut, mein Freund. Das war das wahre Werder Bremen. So wollen wir das jetzt wiedersehen gegen Union. Geile Sache, Alter. 5-1 für Dortmund getippt. Ich bin immer noch sprachlos. Super! Komm her! Hallo, mein Freund! Na du, jetzt bin ich wieder bei euch, ne? Jetzt bist du wieder da! War heute große Klasse! Wundervoller Weser, ne? Auf was denn vom TV kommt das? Hier. Ganz heißer Scheiß, die Deichstube. Hauptsache weiter! Wir sehen uns am 23.05. in Berlin. So machen wir das! Ich hab schon Karten besorgt. Ja? Ja! Ich hab gesagt, Frankfurt gewinnt. Ich hab gesagt, Werder gewinnt. Meine Freundin ist Bayern-Fan. Das tut mir leid, was ist da schiefgelaufen? Noch bei Bayern noch nicht. Jawoll! Wie geil ist das denn? Heute bin ich nackt! Was bist du? Nackt! Nackt bist du? Ja! Woll ich mir im Morgen Games scheinen. Willst du im Morgen Games sein? Wenn das der Arbeitgeber sieht! Über Dortmund! Über Berlin! Über Berlin! DFB-Pokal! Ja! Was Schönes zum Liga-Alltag. Warum hat's heute gefunzt? Ja, keine Ahnung. Werder hat gewonnen! Wie geil ist das, oder? Gegen Urban einfach geil! Ich bin seit 1985 Bremen-Fan. Es ist einfach das geilste Ding überhaupt, Leute. Aber heute haben wir das gezeigt, was wir konnten. Wir sind einfach die geile Mannschaft! Werder Bremen! Geil! Geil! Nachlegen, nachlegen und dann! Geht alles gut! Einfach geil! Ich hole mir direkt ein Marco-Friedel-Trikot. Aber dass Selk jetzt trifft, finde ich unglaublich, ne? Grüße an YouTube! Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ich bin total kaputt, aber geil! Endlich hat sich das mal wieder gelohnt. Ich bin so glücklich und jetzt rocken wir das! O.S.O.W. 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 Ist schon vorbei, ist schon vorbei, mein Freund! O.S.O.W. Das war ein richtig geiler Pokalfight. Und so gehört sich das, wenn man in jedes Spiel so reingeht wie heute Abend. Dann habe ich keine Bange. Die haben sich das alles aufgehoben. Für den Tag heute scheinbar. Ich hoffe, die nehmen den Schwung mit und weiter geht's, Alter. Dankeschön!